Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 1. März. Und das ist der Aschermittwoch. Heute dabei Apple Park, Google Meet, YouTube TV, Raspberry Pi W, Soundcloud, GoPro, Samsung Gear VR2 und natürlich der Mobile World Congress aus Barcelona. Fangen wir aber erstmal an mit Apple Park. Apple Park ist ja das neue Hauptquartier, in das Apple im April einziehen wird. Das ist praktisch also somit fertig und passenderweise gibt es dazu ein neues Drohnen-Video. Da kann man sich das durchaus beeindruckende Gebäude einmal von oben anschauen und das ist auch in unseren Shownotes natürlich verlinkt. Also der Blick lohnt sich auf jeden Fall. Guckt mal rein. Ein paar Straßen weiter um die Ecke ist in Kalifornien im Valley natürlich auch Google. Und Google hat heute Google Meet vorgestellt. Vor kurzem wurde ja erst Google Spaces eingestellt. Das war ja ein Messenger, wo man sich gefragt hat, okay, braucht die Welt noch ein Messenger? Und das hat sich Google auch gefragt, eingestellt. Ja, und jetzt hat sich Google wohl gesagt, die Welt braucht auf jeden Fall ein neues Video-Conferencing-Tool. Und das ist halt Google Meet, beziehungsweise Meet bei Google Hangouts. Und das ist eigentlich wirklich Hangouts für Unternehmen, wo normale Hangouts zum Beispiel auch bei 10 Leuten ihr Maximum erreichen. So kann man mit Meet bis zu 30 Leute hinzufügen. Und die können untereinander mit High-Dev-Video dann Conferencing machen. Entsprechende Apps werden auch noch released. Und damit attackiert Google halt den Video-Conferencing-Markt im professionellen Kontext für Unternehmen. Was sie ja durchaus schon angefangen haben, also Unternehmenssoftware zu machen mit ihrer G Suite in der Enterprise Edition. Spannendes Thema. Die Tochter von Google YouTube, die hat jetzt YouTube TV vorgestellt. Das ist ein bisschen ähnlich wie TV von Apple, was ja für das Apple TV vorgestellt wurde. Halt ein komischer Name. Wenn es nur TV heißt, YouTube sagt, okay, das Ding heißt dann YouTube TV. Und das ist praktisch normales, in Anführungsstrichen, klassisches Fernsehen als Streaming-Dienst. YouTube ruft dafür 35 Dollar im Monat auf. Man muss auch keinen langfristigen Contract machen. Man kann also monatlich einsteigen und auch kündigen. Wird das auch erstmal nur in den Ballungsgebieten L.A., New York und Philadelphia anbieten. Wo sie von sich aus sagen, dort können sie halt auch wirklich das volle Programm als Streaming-Lösung zur Verfügung stellen. Da sind halt die großen amerikanischen Sender, ABC, NBC, CBS, Fox dabei. Diverse andere Sender, die so der Amerikaner halt im Kabelfernsehen auch erwartet. Ein paar fehlen noch. Aber natürlich sind die noch in Verhandlungen. Und ich denke, da wird noch einiges kommen. Ob das je nach Europa kommt oder auch nach Deutschland, wage ich erstmal zu bezweifeln. Ich glaube, wenn wir hier soweit sind, dann ist das vielleicht auch eh schon nicht mehr so interessant. Und der europäische Rechtemarkt ist, glaube ich, auch ein schwieriger als der amerikanische. Aber warten wir ab. Kann ja alles passieren. Wird natürlich auch ein paar extra Features geben. Also soll wohl auch ein Wiederrecoiler in der Cloud geben dafür. Und diverse andere Features, die ihr alle in dem Artikel auch mal euch reinlesen könnt, wenn ihr euch das interessiert. Auch wenn es euch nicht direkt tangiert hier in Europa. Aber der Artikel ist natürlich in den Show Notes. Der Raspberry Pi. Das ist ja so ein Minicomputer für wirklich kleines Geld, mit dem man unendlich viele Sachen machen kann. Da gibt es ja die ersten Sachen, die die Leute zusammengehackt haben. Weil sie halt so einen kleinen, günstigen Rechner haben mit vielen Möglichkeiten. Da wurde jetzt einfach die Range der Raspberry Pis erweitert mit dem Raspberry Pi W. Und das W steht dabei für Wireless. Und bedeutet einfach nur, dass mehr oder weniger der kleinste Raspberry Pi natürlich jetzt auch an Bord Bluetooth und Wi-Fi hat. Und das Gesamte soll nur 10 Dollar kosten. Bloß Steuern in Amerika wie üblich. Also wirklich spannend. Da tut sich noch was. Und ja, günstige Rechner zum Basteln. Ich glaube, davon kann die Welt durchaus ein paar brauchen. Noch mehr brauchen sie natürlich dann Ideen, was damit zu machen ist. Aber da mache ich mir wenig Gedanken bei den ganzen Hackern, die es so gibt. Soundcloud. Die haben ja unter anderem auch ein Streaming-Angebot. Wie auch viele andere. Und haben dafür auch die normalen 9,99 kassiert. Entweder Dollar oder Euro. Und die haben jetzt einen neueren, günstigen Plan. Und der ruft 4,99 kassiert auf. Der Original 9,99 kassiert auf. Der wird weiter existieren. Der heißt dann Soundcloud Go Plus. Und der günstige ist halt einfach nur Soundcloud Glow. Und bietet halt Zugriff auf 120 Millionen Tracks. Keine Anzeigen. Und man kann die Musik auch offline auf seinem Telefon speichern. Ob es das wirklich die Chance hat, dem Platz hier schon Spotify und auch Google Music und Apple Music Paroli zu bieten. Ich bin da eher skeptisch. Und Soundcloud ist auch eher so ein Übernahmemigrationskandidat, finde ich. Aber ansonsten eine tolle Plattform. Kein Thema. Da gibt es auch ganz viel zu entdecken. Jenseits vom Mainstream. Und zumindest versuchen sie sich so im Markt zu etablieren. Kommen wir nun zum Ende nochmal zum Mobile World Congress. Da habe ich nämlich auch noch zwei Themen. Und einmal ist da GoPro. Die haben nämlich da zum MWC ein paar Ankündigungen gemacht. Unter anderem eine Zusammenarbeit mit Huawei. Und sie bieten jetzt GoPro Plus auch in Europa an. GoPro Plus ist ein kostenpflichtiger Cloud-Dienst. Damit können Besitzer der Hero5 Kamera ihre Videos direkt in die Cloud hochjagen. Die ersten 30 Tage sind dabei kostenlos. Und danach kostet das Ganze 5,99 Euro pro Monat. Euro in dem Fall. Und wer ältere Kameras besitzt, also keine Hero5, der muss den Umweg über die bekannte Quick App nehmen. Und kann dann halt auch den Cloud-Speicher nutzen. Und diese Quick App, die wird auch von Huawei jetzt direkt in deren aktuellen Smartphones integriert. Womit man dann halt entsprechend Videoschnitt machen kann. Und das funktioniert bei Huawei zumindest auf den neuen P10 und P10 Plus Geräten. Interessante Entwicklung. Zumindest Zusammenarbeit macht auf jeden Fall für GoPro Sinn, um sich nochmal ein bisschen breiter aufzustellen, ob dieser GoPro Plus, den es wirklich so viel bringt, wage ich jetzt persönlich zu bezweifeln. Aber vielleicht ist es wirklich hilfreich für Leute, die on the go dann mit ihrer Hero5 direkt praktisch vom Snowball die Dinger hochjagen können. Hochjagen kann man halt auch sich selber in die virtuelle Realität. Und unter anderem auch mit der Samsung VR, der Gear VR, um korrekt zu sein. Und da gibt es den Nachfolger, die Gear VR 2. In der gibt es halt äußerlich kaum Änderungen. Gewicht hat sich auch nicht geändert. Ein bisschen was anscheinend unter der Haube wurde geändert. Aber auf jeden Fall neu dabei ist der Controller, mit dem man dann entsprechend in der virtuellen Realität Spiele und auch andere Sachen steuern kann. Ja, das wurde auch auf dem Mobile World Congress vorgestellt. Und damit bin ich auch schon am Ende für den heutigen Tag. Also ich wünsche euch einen schönen Start. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder am Donnerstag. Und wenn ihr wollt, unterlasst uns doch gerne ein paar Bewertungen. Am liebsten auf iTunes. Da würden wir uns am meisten drüber freuen. Und gebt euch eine ehrliche Erwartung ab. Also wir freuen uns über jeden Stern. Wenn es uns fünf Sterne gibt, freuen wir uns natürlich am allermeisten. Aber macht das, was ihr wirklich meint. Und ansonsten sage ich damit bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.